Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor. Heute haben wir ein ganz besonderes Ziel und zwar geht es um Speed. Wir sind sozusagen jetzt Lightning McQueen und wir müssen jetzt den Speedrun machen von Hello Neighbor. Ich erkläre euch ganz kurz, eine Taktik habe ich eigentlich nicht groß, ich werde jetzt nach hinten rennen, oder hinten durch, dann den Ofen ausmachen, nach vorne, nach oben. Warte mal, ich muss gerade ganz kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall den Dietrich von da oben und den Hammer, den können wir theoretisch auch da holen, von daher. Wie kommen wir schnell, wir können uns da mit den Dings hochbacken, stimmt. Wir können uns hochbacken, den Dietrich holen, dann durchs Loch wieder runter ins Schlafzimmer, den Hammer holen oder die Crowbar und dann da vorne reinrennen und so weiter und so fort. Okay, ich mache mir hier kurz ein Timer parat auf meinem Handy, warte mal kurz. Ich weiß actually nicht, bei was, warte mal, ich google kurz, bei was die Rekordzeit liegt. Okay, also scheinbar ist die Zeit, die wir überbieten müssen 59 Sekunden. Ja, ich finde hier nichts, das irgendwie darunter ist. Ja, okay, also 59 Sekunden müssen wir überbieten. Alter, also mehr oder weniger eine Minute. Okay, das, das wird crazy. Jetzt haben wir meinen Enjoyment ausgeschalten. Okay, ähm, man startet halt, äh, von hier, halt hier im Türrahmen. Äh, wir müssen halt danach noch nur kurz ne Dings nehmen, ne Mülltonnen, aber egal. Wir, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Wahrscheinlich werden wir mehrere Versuche brauchen. Ich lasse euch das ganze Uncut drinne und, ja, versuchen ein bisschen zu kommentieren, aber vielleicht kann ich ja nicht groß kommentieren, weil ich halt selbst irgendwie einfach ein bisschen, ähm, ja, halt im Flow bin. Ihr wisst ihr, was ich meine? Naja, egal, ich starte mal. Ich glaube, ich kann euch auch einen Timer einblenden. Das wird dann kommen, sobald wir halt gestartet sind, ja. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Drei, zwei, eins, los. Okay, wir schnappen uns hier eine Mülltonne. Okay, das war schon jetzt. Ähm, okay, genau, das hängt natürlich auch hier wieder mit Glück zusammen. Wenn jetzt hier die Mülltonne nicht backt. Oh mein Gott, das war ja sehr gut. Nein, scheiße. Nein, ich bin runtergefallen. Egal, ja, das wird jetzt halt Test laufen. Ich meine, wir haben jetzt gefühlt schon verkackt. Da muss halt alles dann perfekt laufen. Hä? Wir kommen hier gar nicht durch. Lol. Och, scheiße. Das habe ich jetzt natürlich gar nicht bedacht. Okay, Stuhl weg. Ach, crap. Ah doch, hier kommen wir rein. Problem ist, wir können auch nicht leise sein, ne? Wir müssen... Alter. Komm schon. Oh Gott. Come on, come on, come on, come on. Scheiße. Mann, ich bleibe hier einfach durch. Lending. Stopp. Oh mein Gott. Wie viel hatte ich genau? Ich hatte eine Minute und 73 Hundertstel. Und das ist das erste Mal, wo das Spiel nicht abstillt nach dem Ending. Was? Das gibt es ja nicht. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Okay, New Game. Wir versuchen es direkt nochmal. Okay, warte mal. Also bei mir auf dem Time. Ich habe ein bisschen zu spät ausgeschalten. Deswegen, naja, können wir da nochmal gucken. Hä? Hä? Wir waren ja übel schnell. Hä? Was kann das überhaupt sein, dass 59 Sekunden der schnellste war? Okay, also ich weiß halt wirklich nicht, ob das stimmt. Ich muss auf jeden Fall dann kurz am Schluss der Folge nochmal kurz ein bisschen nach hier... Äh... Ja, hier nachgucken, ob das wirklich die schnellste Zeit ist, weil... Also... Das fände ich ja sehr interesting, wenn wir das jetzt einfach geschafft hätten. Okay, ich würde einfach sagen, aber gleiche Taktik einfach schnell, oder? Ja, wir versuchen auf jeden Fall nochmal, ich würde sagen, 3, 2, 1 und los geht's. Okay, wir nehmen hier wieder direkt eine Mülltonne. Oh, diesmal hat es auch hier perfekt geklappt. Jetzt sollten wir uns direkt hochbacken können, ähm, mit ein bisschen Glück, ohne dass es irgendwie backt. Und diesmal... Ach Gott, come on! Scheiße, Mülltonne. Oh ja, jetzt. Oh ja. Okay, perfekt. Ja, lol. Ja, okay, weil das können wir vergessen. Ach, ja, das ist halt dann das Problem, ne? Wenn der Nachbar da reinplatzt, dann sind wir halt im Arsch. Aber ich glaube, eigentlich waren wir nicht mal so schlecht in der Zeit. Egal, wir versuchen direkt nochmal. 3, 2, 1, los. Die Folge könnte natürlich, durch das ich jetzt hier immer wieder probiere und das ankert lasse, für euch, weil es, glaube ich, auch einfach spannender ist, könnte die Folge... Oh, scheiße. Könnte die Folge halt ein bisschen länger werden. Oh, oh. Ach man, diese blöde Bärenfalle. Oh Gott. Lol, er hat mich bekommen. Oh, Kikazin. Ist hier jetzt vielleicht anders? Ich glaube nicht. Wir sehen uns im Spiel wieder. Guck mal, der Reifen ist ganz anders gerollt. Der ist doch sonst immer umgefallen. Warte, was? Hat das irgendwas zu bedeuten? Warte mal, ich gehe kurz nach hinten und entzorge... Entzorge... Und entferne mal ganz kurz die Bärenfalle, denn, ähm... Die wird sonst ein bisschen nervig. Jetzt sind da zwei. Okay, wir nehmen die auch gleich mit. Wir haben ja auch zwei Bärenfalle abgezockt. Genau, weil, ja, sonst wird es einfach nachher zu ein bisschen unmöglich. Kann ich hier das Fenster einschmeißen? Nee. Okay, Leute, dann würde ich mal wieder sagen, 3, 2, 1, los. Ähm, ja, gleiche Taktik. Ich hoffe diesmal... Ach, scheiße. Diesmal nervt der Nachbar nicht so dumm rum. Beziehungsweise steht dort nicht so dumm rum. Ich hoffe auch, dass jetzt keinen... Ach gut, der hat keine neue platziert. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, das wäre jetzt übel scheiße. Und ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht so weit... Ah, nee, okay, das passt. Bitte, Nachbar, sei jetzt gerade unten. Okay, hier, den Dietrich nehmen. Alter, ich muss halt so visieren da. Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Och man, Alter! Wir waren in 35 Sekunden. Okay, ich gehe mal wieder kurz die Bärenfallen entfernen. Aber es wird halt nicht einfacher jetzt. Ach, wieso kommt der Nachbar da hin? Hä? Ähm. What? Was ist los mit dir, Bruder? Hä? Was war das denn? Okay, ich gehe wieder hinten rum rein. Ich auch feststelle jetzt nicht gleich wieder in den Bärenverlauf. Das wäre nämlich nicht so praktisch. Ja, okay, Leute, ich glaube, er ist jetzt nicht mehr dort. Ich würde sagen, wir versuchen es noch, ja, noch ein, zwei Mal. Dann reicht es, glaube ich, auch, weil es sind die Folge, wird halt sonst zu lang. Naja, auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Oh, ich bin jetzt ein bisschen friergerannt, glaube ich. Aber egal. Scheiß drauf. Wir werden sie nicht schaffen. Ne. Gar nicht erst zu negativ denken, ne? Das... Oh Gott! Alles klar! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ach, komm! Ja, den können wir ja sowieso wieder vergessen. Alter, er kommt schon wieder. Hä? Nein, jetzt habe ich ihn verbackt. Wow! Och, Mann, jetzt ist er wieder verbackt. Mann, du Spaß, dir. So kann ich den Speedrunnen. Wobei, so könnten wir es theoretisch auch probieren. Ja, aber nee, das ist ja nicht lustig. Weil dann gibt es... Also, dann kann er mich... Wir versuchen es jetzt einfach noch einmal ohne Neighbor. Dann werden wir es ja wahrscheinlich schaffen. Weil dann können wir eigentlich gar nicht sterben. Naja, mal gucken, ob wir die erste Zeit übermieten können. Jetzt ist auf jeden Fall der Neighbor weg. Ich weiß, das würde ich jetzt nicht zählen, wenn es jetzt schneller wäre. Auch wenn es cool wäre. Naja, egal. Auf jeden Fall. 3, 2, 1, los. Och, fuck, ich habe daneben gedrückt. Warte mal. 3, 2, 1, los geht's. Ich nehme hier auch eine andere Mülltonne. Nicht, dass ihr mir, oh Gott, vorwerfen könnt. Ja, die ist jetzt weiter vorne oder so. Ähm, ich hoffe jetzt, das Hochglitschen funktioniert direkt. Oh Gott, Mülltonne. Hä? Sie hat mich nicht gecatcht. Komm. Hä? Wow. Okay, das ging schnell. Egal. Ähm, ist zwar gerade ein bisschen belastend hier alles, aber... Scheiße, Dietrich. Mein Gott. Ähm, okay, so. Ich hoffe, er hat halt auch noch nicht groß Sachen verbarrikadiert. Und das würde das Ganze auch nicht unbedingt einfacher machen. Okay, weg, 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 Junge. Och, komm. Ey, ich triff die Nägel nicht. Und auf, stopp. 49 Sekunden. Aber das Ding ist... Also, wenn der Nachbar ja nicht einen Weg gewähren wäre, hätte ich ja auch so geschafft. Hm, also, 49 Sekunden und 57 Hundertstel. Ich zähle das jetzt einfach mal trotzdem dazu. Sonst hätten wir ja zumindest vom ersten Run noch ein Resultat. Ja, Leute, ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich tatsächlich sehr freuen und sehr supporten. Ähm, ja, auf jeden Fall, Leute, schreibt weitere Challenges oder Ideen oder so unten in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall eine Challenge noch machen und eine wahrscheinlich noch so eine Hauserkundungsfolge, weil wir ja oben bei diesen einen Fenster immer so ein bisschen reingesehen haben und da können wir auch versuchen, mit dem Zug zu fahren. Ansonsten werden wir dann die Alpha 2 anspielen. Ähm, ja, seid auf jeden Fall mal gespannt. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Yo, guys, so, I was told... No, I'm here. I was told that this train right here... Yo, what the f***? Yo, Steve! Steve! What the f***? Bro! What you need? Nice? Hey, Brother! See you next time.